hallo und herzlich willkommen zum neuen food vlog ist eine serie von drei videos über die neuen gold docks hier haben wir den crispy und crispy weil da röstzwiebeln raus ein paar sind in der verpackung gelandet und mal gucken also ich so ein standard hot dog mit röstzwiebeln senf und ketchup mal gucken und hier oben haben wir die spuren des grills so die anderen dann noch drauf machen also der klassik mit dem gurkenreilich war gut jetzt hier mal gucken schmeckt nicht schlecht aber echt furztrocken ich schwöre euch der ist furztrocken durch sagt man köln durch aber das würstchen ist richtig gut man schmeckt dass der gegrillt ist und 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 Vielen Dank. lecker aber trocken ich hab ja da hinten noch cola hätte von rechts und links wegen ein bisschen mehr ketchup drauf gehört und halt die brötchen doch relativ trocken sind das ist halt nicht so trocken ist aber die wollen ja noch ihre cola verkaufen so das war es ich danke fürs zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen tag in dem geld schluss manjot schweigt dort das war ab und schweigt die cup